Okay, let's go. Okay. Äh. Pferdchen. Okay, dann ab zur, äh. Okay, wo gehen wir eigentlich hin? Äh. Karte. Kurz Chapel, da waren wir doch schon mal. Da oben geht es nicht weiter. Ähm, einmal. Ah. Ihr reitet doch erstmal nach. Let's go! Ach, da wird bestimmt wieder irgendwas unten dazwischendrin passieren. Komm, find mal wenigstens was. Komm, los. Ah. Ah. Wüstensalbei. Wüstensalbei. Hm. Ja. 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 Nein, sag mal was. Guck mal. Wie seid ihr? Ähm. Halu? Dort drüben ist ein Scheune. Was hast du denn zu fangen? Verständlich kannst du ja genau darauf geschließt. Okay, dann... Walle heilen, wie du willst, ist mir egal. Ich geh doch halt in die Stadt. Ich sollte sich selber drinnen kümmern. Er ist ja alt genug. Ein kleine Frage. Was über das Volumen? Ist es okay? Was ich gewinnen? Und mein Voice? Oder ist eine von meinen Voice... ...too loud... ...or... ...to... ...not too loud. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Oh, hier ist es. Oh, hier sind wir. No. No. Hello. Hallo? Anbinden? Hallo da! Hallo da, Partner! Okay. Was ist hier? Pony McFarlane wird gehackt. Wut? So, talk to him, find out what he knows. Fuckin' is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fuckin' scum! Where's Bonnie? I don't know, I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Cause she hadn't been seen since yesterday afternoon. I don't think I can cope. If I lose another child... Now, Drew, nobody's lost anything yet. I'm sure she's fine. Oh, Mr. Marshall! Mr. Marshall! Come out, come out, wherever you are! Who the hell's that? Hey, buddy! That'd be your next fuckin' mare! Das wird doch... Even better! Good day, Mr. McFarlane! Get down from that horse, boy. Or I'll shoot. Haha, I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarlane wants to see his bunny back in one piece. Hey, Mr. McFarlane! It's a nice girl you got there. Get down from there! You know, part of me's got to thinkin' I should just marry her myself! Give her a baby and that. What do you want? That's better. I want Norman Deak. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise! The whole government themselves ain't much more than a bunch of crooks! This is the land of opportunity, mister! And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deak up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that horse throat myself! Uh-huh! Those boys have a pleasant afternoon! Yeah! This is hard. Okay. What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarlane. I'll get you your daughter back. I owe her that. Please do. So schnell kann ein, äh, ziemlich starker Mann gebrochen sein. Woohoo! Das ist nicht gut. I'll teach you some respect for the law! Come on! Hurry up, boy! Let's go! Quick as you can, deputy. Make sure he's tied on good. Stay with me, Marston! I won't let anything happen to her, sir. Okay. Come on! Gone! Let's get this charmer to tumbleweed! See, this is what happens when the Federals interfere in our affairs. Are you happy now? No, I ain't happy at all! And I already told you, I ain't with the government! How you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here! They gave me no choice! That's your federal government, Mr. Johnson! They come down here dressed as cocky as the king of diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the west, but they brought nothing but trouble and taxes! I agree with you! Wolves in cheap clothing, all of them! Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf! People around here have been fooled into feeling protected, when they're worse off than they were before! Fellas I know don't care about people! All they care about is lining their pockets! Why's this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deeks Williamson's right-hand man! In other words, a glorified errand boy! You wait, Marshal! I'll be back for you! Bill's standards have slipped! We already filled you with land once! You ugly bastard! He's the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader! Don't ever use that line near your deputies! You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarlane! What is this place we're headed? Dumbleweed! A lonely god-forsaken place! Some people say it's haunted! It was quite a town back in its day! Then they built the railroad to Armadill and went clean past Tumbleweed! And that was that! Pretty soon everybody hit up to the left! Now it's just thieves, smugglers, and bandits! Scum like Deek here! Old popular spot for lynchings, too! Let's try to avoid that if we can, Marshal! Okay. I just hope you're not taking advantage of the McFarlane, Marshal! They saved my life! Gave me food and bed when they had no idea who I was! I owe them more than I can ever repay! That's just they've been through a lot! Well, they're both vulnerable, in different ways! I wouldn't have been running in and out of a fern and barn to save their horses otherwise! I know you helped, just like you helped me! But you got your reasons for doing it! It's no secret why I'm here, Marshal! I told you the very first time I walked into your office! I trust you! It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past! I don't know, sometimes it's hard not to have doubts! I understand! I never planned to be in the lawn business neither! How is this mess supposed to turn out? Penning an outlaw to do the work of a lawman! That's madness! Ain't much difference between the two, as far as I can tell! There have to be rules, Marston! Even you must understand that! It's easy to make up rules, but there ain't much use if people don't understand why! Like my son! If I tell him not to do something, he'll do it anyways, just to spite me! If I punish him, he resents me for it! But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again! That's nonsense! Without laws, we're nothing more than animals! You look at Deke here! Go to hell! Man has worked hard at civilization! Your boy steps out of line, you whack him! He does it again, whack him harder! You're a good man, Marshal! And I respect what you're trying to do! But from what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working! Criminals are like weeds, Marston! As quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place! Oh, goddammit! I ain't no use to you dead! Oh, it must be quite anstrengend for the whole time so to ride! If he goes back on the ground, he goes back on the ground! And he goes back on the ground, he goes back on the ground! You take care of man, do you? The boys will be getting the last fucking odd bit! Okay? Come on, boys! Over the bridge! Okay, that's not good! I almost thought he was going to do it! Here we are! Easy there! John! You'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town! Keep your eyes open! I sincerely doubt these scum plan to play fair! Fair my ass! You bet! Besides, Norm here's gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure! Okay! Lead Deke into town! We'll be right behind you! Don't make me put a hole in you! Move! I'm walking, goddammit! You got feet, ain't you? Use them! You'll get yours, you son of a bitch! I hear those rancher girls like it... in the rear! Come on! Let's go! All right! I'm moving! Get these ropes off me, boys! Where's Bonnie? I thought we had a deal! Well, you thought wrong! We don't make deals with the law! Oh... What? Okay, wieso bin ich so schnell tot gewesen? Wieso bin ich so schnell tot gewesen? Ich habe doch, äh, Dead Eye gemacht! Verdammt! Noch mal das Arzt. Now what are you gonna do? Where is she, you bastards? Okay. Fuck. Leave her alone! Fuck, fuck, fuck! Oh my God, fuck, 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 fuck! Okay, 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 okay! Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht wir sammeln erst mal das gehen nachladen brauchen wir nicht was mit das wegschmeißen die tippel geld gibt es hier irgendetwas die kiste oder so die man mitnehmen wir können eine speichern hier vorne ist irgendwo jemand da liegt auf dem dach ok deswegen kann man sich mitnehmen ich würde so bestimmt irgendwo eine kiste nehmen die man geben die man ausnehmen können das schaffen wir doch ok ok alles klar wie war denn hüpfen Wie? Huuu! There it is! Kiste! Was finden wir? Nix! Wir haben tatsächlich nix gefunden in der Kiste! Was ist denn das für ein Scheiß? 4 Dollar! Ähm... Hoch da? Warum kann ich da nicht hoch? Oh, hier können wir rein! Gibt's auch keine Kiste? Nö! Scheiße! Da ist noch irgendwas, ein alter Saloon! Da ist... Oh, guck doch, da mal! Nee! Verdammt! Das alte Gefängnis... Nichts! Hmmm... Muss es doch bestimmt irgendwo eine Kiste geben, die man einfach mitnehmen kann! Nein! 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 Oh! Da ist einer! Was ist drin? Nichts! Wieso ist hier in den Kisten nichts drin? Das ist ein bisschen scheiße! Ich hab mir so viel Mühe gegeben, die Leute hier zu töten und dann... Da ist ja nicht mal was in den Kisten drin! Ach, fucking shit! Okay, dann bist du halt verletzt! Hier liegt noch irgendwo einer rum! Dafür nehmen wir die 4 Dollar von dir mit! Da war auch keine Kiste! Ah... Gemischt worden laden... Auch keine Kiste! Was ist das? Okay, du legst... Oops! I'm sorry! Okay, hier haben sie gesoffen... Hmm... Hmm... Haben wir von da irgendwie da drauf? Hmm... Nein! Auf dem Lokus ist es ne Kiste? Nein, auf dem Lokus ist es keine Kiste! Hmm... Wie kommen wir da drauf? Gar nicht! Okay, dann... To the church! Theoretisch müssten hier jetzt eigentlich noch ein paar Leute liegen! Oh! Ist das der Sheriff? Oh ja! Das ist ein Sheriff's Gehilfe! Kiste, 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 Kiste... Ach... Dreckverdammter! Ist hier wenigstens noch was? Nein! Hmm... Gibt's hier echt? The Devil has got into the beast! Hmm... Gibt's hier echt? Lass mich mal ein bisschen an... äh... Kill Bill! Wenn's in der Kirsche sind... Sorry! Hier ist auch nix los... Totenstille... Hahaha... Mhmm... Gibt's auch nirgendwo was? Oh! Der Zug! Was haben wir denn hier noch? Wer bringt uns das weiter? Ein Bett? Nein, hier gibt's ganz einfach mal gar nix mehr! da oben das herrschaftliche haus kann man noch angucken da könnte theoretisch noch was drinnen sein die frage ist wir schauen mal kurz wie weit ist denn dazu achte da hinten ist der zug das ist meine form da sind pferdchen theoretisch muss man dorthin erst wenn wir hier das gebäude durchsucht haben was man denn irgendwas finden ich hoffe mal dass es hier wird tatsächlich nicht gut weil das ja ziemlich creepy oder brennt licht drin da könnte tatsächlich jemand sein welchen tippe werde ich hier eventuell bonnie heiraten das ja gar nicht mal so schlecht dass ich glaube hier können wir eventuell sogar das ende des spiels stattfinden ist hier jemand hallo i'm afraid ok das ist gerade echt ziemlich spannend ob da hier irgendwas ist oder nicht oder wie auch immer es wäre cool wenn man irgendwie war wenn ich hier nicht mitnehmen schade jetzt müssen wir dann ins wohnzimmer kommen klavier kann man auch nicht spielen wo geht es hier lang da geht es nirgendwo hin dann schauen wir doch mal nach oben für irgendetwas wird das gebäude doch gut sein jetzt hätte nicht einfach nur hier so zwei räume drei räume das sieht ganz schön runter gekommen aus da ist gerade eine kutsche vorbeigefahren die bringen uns auch nicht so viel weiter oh ein einsames bett können wir hier speichern nein kann man nicht das wäre natürlich auch cool wenn ich hier zumindest zu speichern könnte hier gibt es auch nichts eine kiste hat sich also gelohnt hier durch zu suchen mal gucken was drin ist und es ist drin nix wie übel ist das denn oder wurde mir ganz einfach nichts angezeigt ich hätte schon gerne ein bisschen was davon dann können wir halt erstmal wieder hier rausgehen und irgendwann Tür 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 Küche ach ne hier waren wir schon gut dann können wir hier auch tatsächlich wieder raus und den Sonnenaufgang angucken so was machen wir jetzt hm hier gibt es ganz einfach nichts für mich was ist das da oben das sieht interessant aus hm na dann Karte Zureiterjob Mietbare Immobilie das aber schon und der Zug fährt dort lang und wir wollen dorthin Pferdchen kommt zu mir wir reiten dann mal schön nach Armadillo zurück und checken mal ab was uns da so erwartet ob wir irgendwann mal dieses äh kleine Problem mit den verschwundenen Kindern und verschwundenen Frauen aufklären können und dann jetzt wird zumindest noch mal keiner was von uns schauen wir doch mal was können wir doch da hochreiten ich hab gern mal wissen was dort ist das sieht so flach und äh grökenstöch tun nehm wir mit Medizin kann man einfach mal gebrauchen Wüstensalbei ja und let's go das sieht aus wie ein Fohr oder irgend sowas wir werden schon dort ankommen Navi du machst sowas falsch wir kommen da schon hin irgendwie ich werde es noch nicht so ganz wie aber wir werden auf jeden Fall dort hinkommen wir retten natürlich auch Querfeld ein was ist das? ok hier gibt es nichts interessantes wir werden heute mit Sicherheit noch irgendwo zwischendrin irgendeine Aufgabe bekommen die uns wieder ganz weit weg von unserem eigenen Ziel führt aber das wird doch ganz das ist ein ganz normales Spiel come on come on let's go ja ich lass dich doch schon ein bisschen da konnten wir nicht hinzugehen keine Ahnung wie man mit Pferden umgeht ein Büroarbeiter au das war ein Kaktus so was haben wir hier? oh hier ist ah hier ist der Friedhof wieder alles klar Oldfellas Rest hier hat man doch schon eine kleine Aufgabe das heißt wir sind fast wieder im Armadillo ich habe gerade ein paar amerikanische zu schauen das liegt wahrscheinlich an Red Dead Redemption aber willkommen in Ordnung deswegen ab und zu ein bisschen englisch zu kommen ne Armadillo Second Dome hier ist es hier sind wir okay okay just a little break to get some beer hier ist hier ist es zwei hier ist wie hier sind Untertitelung. BR 2018